So, was ist hier in Baden-Württemberg? Das ist eben doch die Regionalwarnung von Laufungen eingefahren. Und das ist schön für Sie. Auf dem Stück Schnee. Auf dem Stück Schnee. Wir sehen uns halt sehr, noch auf dem Hochbereich. Wir müssen die Welt, die erst sechs nach Lauf haben wir nicht ein. Und dann.